So, in diesem Video möchte ich dir mal das Thema Google Maps und Google My Business insbesondere näher bringen. Und ja, du kennst sicherlich, wenn du bei Google nach einem Unternehmen suchst, also zum Beispiel nach, ich nehme mal hier aus Berlin in der Nähe, da gibt es einen Freizeitpark, einen kleinen. Und immer dann, wenn das Standort basiert ist von der Suche, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass Google hier ein entsprechendes Google Maps Ergebnis ausliefert, was zum Großteil über Google My Business kommt. Also klar, es gibt auch die Möglichkeit, dass sie andere Datenbanken anzapfen, dass Nutzer hier entsprechend diesen Standort eintragen, aber ja, ich vermute mal 95 Prozent aller hier erscheinenden Einträge sind von diesen Firmen irgendwann mal angelegte My Business Einträge, die dann mehr oder weniger gut gepflegt werden. Genau, zum Thema Pflegen und was ihr für Vorteile habt, da kommen wir dann später zu. Aber genau, gucken wir uns das mal an. Also da sind Fotos, die von dem My Business Profil, aber auch von externen Nutzern zu diesem Standort eingestellt werden können. Da ist natürlich dann eine Google Maps Karte und Verknüpfung bei, wo du dann auch entsprechend navigieren kannst. Hast Schaltflächen sowohl auf Desktop als auch mobil zum Thema, ich besuche die Webseite, ich möchte Routenplaner starten, ich möchte mir diesen Standort speichern. Dann sehe Bewertungen, die bei Google hinterlegt wurden oder auf anderen Bewertungsplattformen, sehe eine Adresse, sehe jetzt hier, ah, okay, ich war anscheinend im Mai, hier ist das englische Wort, May, hier. Das heißt, ich kann auch hier sogar noch mal gucken, wann ich mit meinem Handy anscheinend da gewesen bin. Ja, interessant, vor allem zwei Tage hintereinander, interessant. 4. Mai, klar, da hatte mein Sohn Geburtstag, der hat sich gewünscht, dass wir dort feiern. Ja, okay. Okay, so, dann hast du sowas wie Öffnungszeiten, auch das ist natürlich immer eins von denen, was Google Nutzer auch dann besonders interessiert, wenn sie nach Standorten suchen. Eine Telefonnummer kann Änderungen vorschlagen, wenn ich denke, hier stimmt irgendwas nicht, zum Beispiel mit den Öffnungszeiten. Ja, ich finde zum Beispiel bei Restaurants ist das häufig, ja, fehlerhaft, also gerade Telefonnummern werden nicht gut gepflegt oder die Webseite etc. Das ist dann hier auch nicht so recht angegeben. Kommende Veranstaltungen, wenn Google eben auch entsprechend Daten finden kann. Das ist dann wie in der SEO, dass da auch dann entsprechend diese Events gefunden werden. Kennst du diesen Ort, könnte ich jetzt Fragen beantworten, die dann auch hier den Nutzern ausgespielt werden. Und was ich besonders interessant finde, ist diese aktuellen Besuchszeiten, ja, also das mache ich schon ab und zu, dass ich dann irgendwie vorher einfach mal gucke. Und wenn es nur interessehalber ist, was sagt denn Google, wie stark ist momentan dieser Standort besucht, ja, also das mache ich zum Beispiel bei meinem Fitnessstudio ab und zu mal, dass ich einfach schaue, was hat denn Google aktuell für Bewegungsdaten und ist momentan eher mehr als durchschnittlich am Dienstag um diese Zeit besucht oder deutlich weniger, so wie es jetzt hier anscheinend gerade der Fall ist. Vermutlich, weil das Wetter halt auch nicht so besonders doll ist, ja, und dann kann ich eben auch die Wochentage mir angucken. Und klar, Samstag, Sonntag sind natürlich die beiden Hauptzeiten. Wenn man allerdings Sonntag oder Samstag schon direkt am Vormittag da ist, da hat man es noch relativ leer, aber dann so ab der Mittagessenszeit, da wird es dann voll. Dann, okay, circa 3,5 Stunden verbringen hier im Durchschnitt, kann man auch schon so ein bisschen einordnen, wenn man noch nie da war. Dann sehe ich hier noch ein paar Rezensionen. Und dann habe ich hier schon eine Sache, auf die ich euch auf jeden Fall aufmerksam machen möchte, weil jeder My Business Eintrag kann Nachrichten, also im Prinzip sind das wie bei Twitter auch oder bei Facebook entsprechende Posts veröffentlichen. Die sind kostenlos, die sind für maximal sieben Tage dann auch öffentlich und gültig und ja, du kannst einfach darüber deine Reichweite einfach deutlich stärken. Also ich habe ein paar Kunden, die ich betreue, die auch ihre organische Reichweite einfach deutlich erhöht haben und die Sichtbarkeit ihrer Suchergebnisse und vor allem dieses My Business Eintrags deutlich erhöht haben, einfach indem sie diese Postings hier regelmäßig abgeben. Ja, und Google ist natürlich dann auch daran interessiert, dass Google merkt, da ist einfach Aktivität dahinter. Also da gibt es jemanden, der diesen My Business Eintrag nicht nur pflegt, sondern der auch wirklich aktiv hier gewisse News-Meldungen veröffentlicht. Ja, und wie ihr seht, das wird hier auch gemacht. Und genau, das ist eigentlich so der Schwerpunkt. Du kannst hier bei den Fotos auch durchaus noch Videos hochladen. Das geht auch. Ich springe da zum Beispiel auf das Ergebnis von unserer Agentur, aber ich glaube, wir haben da auch kein Video eingetragen. Aber letztendlich ist das hier genau die gleiche Variante. Das heißt, man kann hier wirklich durchscrollen durch die Bilder, die wir auch hochgeladen haben, kann sich das entsprechend hier anschauen. Ein bisschen schade ist, das haben wir auch in dem Zuge gemerkt, man kann nicht immer sofort alle Bilder von früher auch entfernen. Also die bleiben dann auch zum Teil. Das heißt, dieses Büro hier ist das, wo wir zuvor gewesen sind. Und das neue Büro ist halt jetzt hier in Charlottenburg. Das ist dann das hier, der Eingangsbereich. Aber gut, das ist sicherlich auch für Google-Nutzer interessant, dass man eben auch die Historie an Bildern entsprechend erkennt. Genau. Aber Videos haben wir hier auch nicht, aber man kann es entsprechend hochladen. So, dann sozusagen, das ist die Seite oder die Ansicht, wie jeder Google-Nutzer es sieht. Dann springen wir mal zu der Seite, wenn ich selbst sozusagen das verwalte. Dann siehst du hier schon, dann habe ich in der Google-Suche auch entsprechend schon hier so eine kleine Box, wo ich einfach so ein paar Statistiken sehe. Also wie viele Suchanfragen gab es, wie viele Aufrufe, Aktionen, zum Beispiel Telefonnummer angerufen oder hier auf so einen Termin vereinbaren, Link geklickt. Kann hier auch noch entsprechend zum Beispiel so einen Beitrag erstellen und springen dann auch entsprechend in das Google My Business rein. Aber fangen wir vielleicht einen Schritt noch vorne an. Wenn ich also auf die Google My Business Seite gehe, dann wird mir logischerweise nochmal erklärt, was das eigentlich ist, was ich damit machen kann. Wenn ich noch nie damit Berührung hatte, dann kann ich über jetzt loslegen im Prinzip mit meinem normalen Google-Konto hier dann den Standort anlegen. Dann, wenn man den Standort angelegt hat, verschickt Google per Post einen entsprechenden kleinen Brief, wo dann ein Bestätigungscode drinsteht. Diesen Bestätigungscode muss man dann einmal online eingeben, damit dann wirklich dieser Standort verifiziert ist. Das hat einfach den Hintergrund, dass jetzt nicht unbedingt jeder Nutzer irgendwelche Standorte einträgt, die vielleicht gar nicht existieren. Und stellt halt eben diesen postalischen Versand nochmal sicher, dass diese Firma unter dieser Adresse auch wirklich existiert. Da vielleicht ein kleiner Einwurf. Bei ein paar betreuten Kunden ist durchaus vorgekommen, dass mit der gleichen Adresse schon jemand anders angemeldet war. Das ist natürlich in Geschäftshäusern, Bürohäusern, Einkaufszentren sehr häufig der Fall. Ja, letztendlich muss man dann im Zweifelsfall den Google Support kontaktieren und sagen, ja, die Adresse ist richtig, da gibt es einfach nur mehrere Geschäfte oder Büros an diesem Standort. Also, falls euch das passieren sollte, dann schreibt entsprechend über die Hilfe an Google. Und das ist jetzt natürlich auch nichts Außergewöhnliches, dass es an der gleichen Adresse mehrere Geschäfte oder eben Büros gibt. Genau, wenn wir dann auf jetzt loslegen geklickt haben und einfach so die ersten Informationen eingegeben haben über den entsprechenden Standort, dann hast du hier diese Verwaltungskonsole, siehst eben, wie viele Standorte hast du eingetragen, sind diese Standorte bestätigt und kannst dann auch natürlich jederzeit reinspringen und auch dann entsprechend die Informationen aktualisieren und wie gesagt, hier zum Beispiel die Beiträge schreiben. Das ist, wie gesagt, ein großer Tipp von mir. Jetzt siehst du, dass ich das auch nicht zu häufig mache. Das ist einfach so ein bisschen der Zeit geschuldet. Und auch, weil wir ja jetzt kein lokales Geschäft in dem Sinne sind, sondern wir sind halt eine Agentur, wo wir jetzt keine Laufkundschaft haben. Aber immer dann, wenn du halt wirklich ein lokales Geschäft hast, dann nutze auf jeden Fall diese Funktionen, dieses Beitrags, den du hier posten kannst. Und du siehst, du kannst halt verschiedene Sachen machen. Du kannst ein Event posten, ein Angebot, einfach nur News, ein Produkt irgendwie vorstellen. Also, das ist schon recht cool, was man hier machen kann. Und genau, ansonsten hast du hier jetzt einfach so einen gewissen Überblick. Du kannst hier sagen, okay, du möchtest jetzt den Eintrag noch vervollständigen. Das ist jetzt irgendwie bei 70%. Könnten wir jetzt irgendwie noch Kurznamen hinzufügen. Also, genau, so ein Kurznamen für die URL. Dann nehmen wir den. Ja, und dann gibt es halt so einen Assistenten, wo Google mich entsprechend durchleitet. Da muss Google das auch immer nochmal gegenprüfen, ob das denn wirklich auch passend ist. Kann hier Öffnungszeiten hinterlegen. Deswegen, gerade vor Feiertagen, fragt Google auch aktiv danach, habt ihr denn zum Beispiel am 3. Oktober oder am 24.12. geöffnet, damit man das auch entsprechend hier einträgt. Leistungen, Produkte, da kommen immer wieder auch mal neue Sachen hinzu. Also, das sind durchaus auch Dinge, die hier einfach regelmäßig mal geprüft werden sollten. Dann hast du Zugriff auf Statistiken. Also, wie viele Leute haben danach gesucht? Wie viele haben dich dann auch gesehen? Bei welchen Suchanfragen erscheint dein Google Maps, dein My Business Ergebnis? Gibt es Rezensionen? Ich glaube, in dem Fall habe ich noch keine Rezensionen für den Standort. Gibt es bestimmte Textnachrichten? Da kann also jemand mir dann auch Nachrichten schreiben per E-Mail oder per SMS. Gibt es Fotos, Produkte, Leistungen? Welche Webseite ist dort entsprechend verlinkt? Und richtig cool, und das ist auch ein Tipp, ich vermute, da fällst du jetzt nicht unbedingt rein, wenn du aber zum Beispiel so einen, ich sage mal, einen Bäcker, einen kleinen Handwerksbetrieb oder so mal betreust. Viele wissen gar nicht, dass es hier ein sehr cooles, sehr einfach zu bedienendes Tool ist, um sich einfach eine Webseite zu erstellen. Also, du kannst mit Google My Business kostenlos eine Webseite erstellen und die ist auch wirklich ziemlich ordentlich. Also, da gibt es schöne Designs und nehmen wir zum Beispiel hier einfach Retro und kannst dann hier wirklich so, wie es aussieht, einfach entsprechend das bearbeiten. Da zieht er sich auch schon teilweise Informationen von der jetzigen Webseite, packt Fotos hinzu, die in dem Profil hier geteilt sind. Also, wenn Firmen wirklich dafür gar kein Geld haben oder einfach das nicht investieren möchten, weil ihnen das nicht wichtig ist, aber irgendwie doch eine Visitenkarte im Web haben wollen, dann ist diese Google My Business Webseite definitiv empfehlenswert. Ja, und du siehst auch hier oben dann die Kurz-URL über die, die dann auch erreichbar ist, wenn sie veröffentlicht ist. Und dann kann man natürlich jeder andere dorthin weiterleiten. Also, wenn ihr bei eurem Hoster, wo die Webseite liegt, www.christoffmoorm.de habt und ihr leitet diese einfach standardmäßig immer auf diese weiter, dann landen die Leute halt einfach direkt auf der hier. Ja, und genau, das ist definitiv ein großer Tipp, die dann auch, also die Webseite ist natürlich dann auch responsive, das heißt für Mobilgeräte super vorbereitet und, ja, wird vermutlich auch einen guten Qualitätsfaktor erreichen, einfach weil, ja, das ein Google-Baukastensystem ist. Ja, und ganz vielen ist das gar nicht bewusst, dass das hier halt auch geht. Und komplett kostenlos. Dann kann man, wenn man möchte, natürlich auch eine direkte Verknüpfung zu Google Ads nutzen, also, dass man auch Anzeigen schaltet und seinen Standort entsprechend und seine Webseite bewirbt. Kann auch gucken, gibt es bestimmte Konten, die verknüpft sind mit diesem Google My Business. Genau, jetzt in dem Fall wundert mich gerade, dass er das nicht zeigt, denn wenn ich jetzt in ein Google Ads Konto gehe, und das ist nämlich dann die nächste Sache, wenn ihr bei Google eine Anzeige schaltet, dann könnt ihr mit einem verknüpften My Business Konto eine sogenannte Standorterweiterung schalten. Das heißt, Google guckt, von wo sucht der Nutzer gerade, von welchem Standort und könnte das passen. Und ja, ich bin jetzt gerade in Berlin und dieses Google Maps Ergebnis zu dem Suchbegriff Damcon GmbH war es eben auch in Berlin, also zeige ich dem Nutzer das an und holt sich eben die Daten auch aus diesem Google My Business Ergebnis und das ist die sogenannte Standorterweiterung. Und für die Standorterweiterung in Google Ads brauchst du ein verknüpftes My Business Konto und das kannst du machen, wenn du auf Anzeigen und Erweiterungen gehst. Dann Erweiterungen und dann fügst du eine neue Erweiterung vom Typ Standort hinzu. Ja, und dann würde er sozusagen beim ersten Mal sagen, bitte stell eine Verknüpfung her und im einfachsten Fall hast du mit dem gleichen Google Login, mit dem gleichen Google Konto dein Google Ads Konto Zugriff und dein Google My Business Zugriff. Ja, und dann schlägt er dir das schon vor, dann sagst du, ja, das möchte ich jetzt bitte verknüpfen. Dann synchronisiert er das. In diesem Fall habe ich eben mit dem Konto zwei Standorte und möchte jetzt zum Beispiel diesen hier als Standort hinzufügen und dann hast du eine entsprechende Standorterweiterung im Konto drin und kannst das nutzen und kannst dann eben hier diese Anzeigen so entsprechend ergänzt bekommen. Genau, ansonsten fasse ich dann nochmal zusammen. Also, My Business wird immer dann ausgespielt, wenn es irgendwie aus Google-Sicht einen Bezug hat zum Kontext. Also in dem Fall ist es zum Beispiel einfach der Firmenname. Wenn es einen Bezug hat zum Standort von dem Nutzer, dann kann das eben hier ausgeliefert werden und auch als Standorterweiterung. Natürlich auch in Google Maps. Also wenn ich direkt in Google Maps suche, auch dann wird mir natürlich dieses Ergebnis angezeigt. Dann solltest du unbedingt diese Funktion der Beiträge verwenden. Ja, also einfach regelmäßig diese Postings sozusagen veröffentlichen. Solltest du die Daten pflegen, damit das auch immer entsprechend aktuell ist. Möglichst natürlich auch gucken, dass du so ein bisschen Rezensionen bekommst. Das wäre natürlich auch sehr hilfreich, wenn einfach dein Standort bewertet wird. Das hat natürlich auch immer eine gewisse Sichtbarkeitsauswirkung. Und ja, halt das auf dem Laufenden. Und diese kostenlose Webseite, die man erstellen kann, auch die ist natürlich extrem hilfreich. Und dann fällt mir jetzt doch noch eine Sache ein, die ich dir auch gerne mal zeigen möchte. Es gibt noch neben den Fotos und Videos, die du hochladen kannst, auch sogenannte virtuelle Rundgänge. Und ich meine, er hat uns das vorhin hier auch schon direkt einmal vorgeschlagen. Ja, virtuelle Rundgänge von Google. Und zwar gibt es zertifizierte Fotografen überall auf der Welt. Die kannst du dir auch entsprechend hier über so einen Link raussuchen. Kannst du dann auch von denen ein Angebot einholen. Und der kann dann zu dir kommen, in dein Geschäft, in dein Restaurant und macht halt wirklich von jedem Winkel, von jeder Perspektive, macht der entsprechend wirklich einen kompletten virtuellen Rundgang per Fotos. Also da werden halt ganz viele Fotos geschossen. Der geht halt wirklich alles durch, sodass der Nutzer später wie in Streetview wirklich durch deinen kompletten Laden gehen kann. Und kann sich im Prinzip vorher schon mal einen Eindruck machen, wie sieht das da aus, gefällt mir das, wo genau ist das, an welcher Straßenecke. Kannst auch dann, wenn du mehrere Etagen hast, kannst du natürlich auch in den Etagen hoch und runter gehen. Und ja, das ist natürlich für einen Nutzer, der dann deinen My Business Eintrag sieht, natürlich auch nochmal extrem wertvoll. Gerade dann, wenn du dich vielleicht an eine etwas hochwertige Zielgruppe, also das heißt hochwertiger, an eine kaufkräftige Zielgruppe wendest und vielleicht halt irgendwie im Luxusbereich hochpreisig irgendwie was anbietest, dann kann so ein virtueller Rundgang natürlich durchaus seinen Sinn machen und das hier einfach mal entsprechend einzutragen. Und dann sehen wir es das auf 간necht. Und dann sehen wir das hier in der Wassung. Und dann sehen wir das. Und dann haben wir das hier. Und dann treffen uns mal einf rus Kosten. Und dann� 이런 Typische Kapitum. Und dann gehen wir, guten Linke,